Also dann, Leute, ich mache einmal ganz kurz die Anmoderation. Unser Gast, Servus, Roberto. Servus, hallo. Paul, ja, was für eine Ehre. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst heute. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Philipp, du drehst einmal den Bildschirm nochmal. Genau, da ist die Kamera. Ja, erstmal mal ganz kurz zu dir. Es ist Wahnsinn, dass du jetzt hier sitzt. Wir freuen uns sehr. Du bist deutscher Meister, türkischer Pokalsieger, deutscher Nationalspieler. Also, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und du bist jetzt mittlerweile tatsächlich seit Anfang diesen Jahres U19-Trainer, Cheftrainer von Greuther Fürth. Genau, richtig. Da jetzt mal meine erste Frage. Und zwar habe ich mich im Vorfeld ja ein bisschen schlau gemacht. Und ich habe gehört, beziehungsweise ich glaube, du hast es selber gesagt, dass du eigentlich damals, als du selber noch aktiv warst, nie selber Trainer werden wolltest. Genau, richtig. Also ich habe, ich glaube, vor ein paar Tagen erst ein Interview dazu gegeben und habe tatsächlich, wenn mich einer vor 20 Jahren gefragt hat, oder ich wurde tatsächlich auch gefragt, habe ich das kategorisch ausgeschlossen, dass ich jemals irgendwann Trainer werden will, weil ich einfach mich als Spieler kannte und meine Kollegen und mir das so in dem Fall nicht antun wollte. Aber es hat sich einfach über die Jahre so entwickelt, dass ich immer mehr Interesse auch bekommen habe, was das Trainergeschäft anbetrifft. Mich mehr und mehr mit der Thematik Inhalte, Trainingsinhalte, Planung und so weiter und so fort beschäftigt habe. Und dann, ja, nach dem Kaliere in den Fürth, dann die Möglichkeit gehabt, da auch reinzuschnuppern und habe dann relativ schnell klargestellt oder festgestellt, das ist genau mein Weg. Das ist genau dein Ding. Aber du sagst selber, du als Spieler, oder du jetzt als Trainer würdest dich als Spieler heute nicht gerne haben? Nein, auf keinen Fall. Woran liegt das? Weshalb? Was warst du für ein Spieler? Ja, ich war ein sehr ehrgeiziger Spieler, sehr diszipliniert, das schon so, was das betrifft. Aber ich war einfach auch ein, ja, wie soll ich sagen, ich war ein sehr, sehr schlechter Schauspieler. So, wenn ich vom Trainer nicht aufgestellt wurde, dann hat das Gefühl ganz Deutschland gespürt. Durch meine negative Energie einfach, das muss man, da muss ich auch so selbstreflektierend sein. Und ich glaube, dass ich, ja, immer, ja, schon Teamplayer in dem Sinne war, aber halt auch so einen Ehrgeiz einfach selbst hatte, dass ich für mich immer diesen Anspruch hatte, ich muss immer von Beginn auf den Platz stehen. Und wenn das halt nicht der Fall war, dann habe ich das halt auch jeden spüren lassen. Und morgen tatsächlich, morgen geht es für dich ja direkt an alte Wirkungsstädte zurück, sage ich mal. Wie ist das für dich morgen mit der U19 gegen den VfB Stuttgart? Was sind das für dich für Gefühle, weil jetzt so an die alte Wirkungsstädte zurückzukommen, wie? Ja, es ist immer was Besonderes für mich, grundsätzlich nach Stuttgart zu kommen, weil ich da einfach auch extrem gute Erinnerungen habe, natürlich. Ich hatte das Glück, ja, den jetzt seit 2007 größten Erfolg feiern zu können mit dem VfB oder auch zu erringen zu können. Ich habe wirklich sehr, sehr viele und enge Freunde noch da. Ich mag die Stadt extrem. Ich bin ein großer Fan von Stuttgart grundsätzlich. Und ja, es ist was Schönes, da morgen hinzufahren, aber für mich zählt in allererster Linie meine Mannschaft, mein Verein. Und für uns ist es ein extrem wichtiges Spiel und da auch im besten Falle zu gewinnen, alles zu geben und dann gucken wir, dass wir morgen mit Erfolg nach Hause kommen. Du sprichst über deine neue Aufgabe, die du jetzt als U19-Trainer übernommen hast. Auch keine leichte Aufgabe. Ihr steht aktuell noch auf dem Abstiegsplatz. Stuttgart, ich glaube, zweiter aktuell, ziemlich weit oben. Du hast die Mannschaft jetzt zum ersten, ersten Jahr übernommen. Was hast du als erstes gemacht? Wo versuchst du als Trainer dran zu schrauben im ersten Moment in der Stelle? Ja, für mich war klar, die Jungs oder für mich war klar, dass ich klare Strukturen auf und eben dem Platz. Für mich ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt oder Faktor ist Disziplin. Das ist, was ich auch selber immer in meinem Leben und auch in meiner Karriere vor allen Dingen auch verkörpert habe und gelebt habe. Und das habe ich auch so an die Jungs herangetragen. Und klar, wenn man auf dem Tabellenplatz steht und in der Vorrunde nicht so erfolgreich war leider, fehlt den Jungs natürlich ein Stück weit auch Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, einfach auch Vertrauen in ihre Stärken. Und das ist, was wir jetzt die letzten Wochen einfach auch extrem angegangen sind. Wir haben leider den Start nicht so schaffen können, wie wir es uns erwünscht haben im ersten Pflichtspiel. Aber da waren schon sehr, sehr gute Ansätze und wir hätten einfach unsere Chancen nutzen müssen, sagen wir es mal so einfach, und dann hätten wir das Spiel gewonnen. Aber ich bin auch kein Typ, der da jetzt groß irgendwie nachtrauert oder sonst was dergleichen. Das Positive aus dem Ganzen ziehen und dann geht es weiter. Aber du sprichst von Selbstbewusstsein, gerade in dem Moment, wo es dann wirklich ja fehlt. Hast du da, oder wie gehst du das an als Trainer? Also kann man das den Jungs irgendwie dann geben, außer wirklich durch Erfolgserlebnisse? Oder wie gehst du da ran? Ja, ich glaube, zum einen, wie gesagt, Disziplin gehört dazu. Es gehört einfach auch Bewusstsein und vor allem harte Arbeit dazu. Das ist einfach, aus meiner Sicht, sind das entscheidende Faktoren. Das andere ist, ich glaube, zum Teil muss ich den Jungs auch einfach vermitteln und auch in so Videosequenzen vielleicht auch mal aufzeigen, wie gut sie eigentlich sind. Und ich glaube, der eine oder andere hat es einfach so ein bisschen vergessen, dass er wirklich viel, viel Talent hat und viel können. Und daran haben wir, wie gesagt, jetzt gearbeitet und die Jungs sind nach und nach sich am Steigern. Klar, natürlich mit dem Erfolgserlebnis, vor allem im ersten Spiel jetzt, wäre das natürlich auch nochmal so ein Schritt mehr gewesen. Jetzt gucken wir, dass wir morgen unser Erfolgserlebnis holen, das wir brauchen. Und dann gehe ich davon aus, dass das auch der Dosenöffnung ist für uns. Wir wünschen dir auf jeden Fall ganz viel Glück für das Spiel morgen. Apropos Spiel morgen, heute, jetzt gerade, spielt ja quasi dein Ex-Verein gegen deinen anderen Ex-Verein, Stuttgart gegen Leverkusen. Ich glaube, aktuell führt Leverkusen noch 1-0. 1-1, wird ja hier gerade gesagt. Wenn du so ein Spiel guckst, wie ist das für dich? Schlagen da zwei Herzen in deiner Brust oder hast du schon die klare Präferenz? Stuttgart, da warst du ja, glaube ich, 120 Spiele gemacht, Leverkusen 58 Spiele. Wie ist das für dich in dem Moment? Ja, glücklicherweise war ich ja beim Hinspiel in Stuttgart zu Besuch auch, wo ich damals vom VfB auch eingeladen, was mich natürlich sehr gefreut hat. Ja, ich bin da wirklich total neutral eigentlich. Also ich bin, was meine Vereine oder Ex-Vereine betrifft, bin ich für beide. Also ich freue mich für beide, wenn sie gewinnen. Ich sage immer, in solchen Spielen nehme ich mich da geschickt raus und sage, der Bessere soll gewinnen. Und dann bin ich da fein aus der Nummer raus und verärgere keinen. Ja, klar, ich war bei beiden Vereinen vier Jahre, hatte gute, ich denke, in Stuttgart ein paar mehr gute Zeiten wie vielleicht auch in Leverkusen, unabhängig der Spieleranzahl oder der gemachten Spiele von mir. Ich denke einfach, Stuttgart ist, klar, durch diesen Erfolg und auch, ich bin dort gereift zum Bundesligaspieler, ich bin deutscher Meister geworden, Nationalspieler. Und ich glaube schon, dass da so ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen mehr Herz steckt. Aber ich freue mich einfach für beide Vereine, weil es beides einfach sehr, sehr gut geführte Vereine sind. Ich bin in beiden Vereinen glücklicherweise immer herzlich willkommen und deswegen freue ich mich für beide, wenn sie erfolgreich sind. Das ist gut, das freut uns. Du bist mit, du sprichst gerade davon, Herr Stuttgart, da bist du mit 21 Jahren, glaube ich, hingegangen. Gehört es dann zu den jungen Wilden, überall im Begriff? Wie war das für dich in dem Moment? Gab es dann in diesem Jahr dann wirklich auch Spieler, wo du sagst, die haben dich im ersten Jahr so ein bisschen an die Hand genommen als jungen Spieler? Ich glaube, das ist gerade ja auch für junge Spieler immer wichtig, dass da ältere Spieler da sind, die so ein bisschen vorweg gehen. Ja, auf jeden Fall. Das Schöne war ja bei uns damals, wir hatten wirklich eine sehr, sehr gute Mischung auch, was die Mannschaft betrifft. Wir haben mit damals noch Markus Babbel, Heiko Gerber, Timo Hildebrandt schon sehr, sehr erfahrene Spieler, dann so, ich sage mal so, Spieler in so, im mittleren Alter, so zwischen 25 und 30 mit Thomas Hitzesberger, dann Mathieu Thier, Pierre Fernando Meyra als wirklich großen Kapitän, bezeichne ich ihn immer ein bisschen, dann mit extravaganten Spieler wie Pavel Pardo und Ricardo Osorio aus Mexiko und dann halt die jungen Wilden mit mir, mit Mario Gomez, mit Sammy Khedira, Andy Beck und so weiter, wie sie alle heißen. Christian Gentner war noch dabei und ich glaube, diese generelle Mischung von großer Erfahrung, die auch das Kommando so ein bisschen übernehmen, wie Jungs, die schon gestandene Profis sind und mit Jungs, die einfach Bock haben, erfolgreich zu sein. so dieses Unbekümmerte und ich glaube, dass der Erfolg dann am Ende des Tages auch dafür gesprochen hat oder wir dadurch auch, glaube ich, mit erfolgreich waren. Genau, du warst dann ja auch, bist dann zu Besiktas nach in die Türkei gewechselt. Wie ist das heute für dich? Verfolgst du die Bundesliga genauso wie den türkischen Fußball? Nein, ich verfolge beides. Also ich muss dazu sagen, ich bin ein extrem fauler Fußballgucker, sagen wir es mal so. Ich gucke sehr selten oder wenig Fußball im Fernsehen, bin ich ganz ehrlich, weil ich einfach auch die ganze Woche, ich bin sieben Tage die Woche am Fußballplatz und habe natürlich vorher als Co-Trainer und jetzt auch als Chef-Trainer natürlich Dinge einfach unter der Woche zu erledigen und dann habe ich oft auch ja dann am Wochenende ohnehin, wenn wir Spiele haben, ist das eh ein bisschen schwierig, dann Spiele zu gucken. Ich bin dann aber auch echt froh, wenn ich dann mal keinen Fußball sehe oder höre. Das ist das eine und ich mache es einfach auch schon sehr, sehr lange, deswegen ist das auch in Ordnung. Aber natürlich, klar verfolgt man das immer mal wieder. Ich habe natürlich auch sehr enge Verbindungen auch zu Besiktas nach wie vor. Ich sage es immer wieder mit der größte Fanbase, die ich habe und habe da auch drei hervorragende Jahre einfach gehabt und habe, glaube ich, einen sehr guten Stempel hinterlassen, sagen wir es mal so. Und ja, man verfolgt es natürlich, aber jetzt so, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt jede Woche irgendwie gucken oder so, das gar nicht. Man hat irgendwann dann so einen Fußball, einen gewissen Überdruss, auch weil man den ganzen Tag mit Fußball dann konfrontiert ist. Genau und das ist der Punkt. Also ich bin dann auch wirklich, auch für mich dann auch einfach, wenn ich zu Hause bin, zählt die Familie erst mal und der Fußball bleibt dann beim Fußball. Ja, wahrscheinlich richtig. Am Ende wahrscheinlich geht es nicht anders. Ja, man muss auch einfach so einen Mix finden. Ja, ich habe, wie gesagt, mein Beruf ist Fußball. Ja, ich bin Profi, ich war Spieler, jetzt bin ich hauptamtlich Trainer und ich bin auch sehr dankbar dafür und ich bin der Meinung, ich habe den schönsten Job der Welt und ich liebe meine Arbeit. Aber wie gesagt, wenn ich zu Hause bin, dann gehört die Zeit meinen Mädels und das ist, glaube ich, auch in Ordnung. Vernünftig. Fußball, aber jetzt mal so gesprochen, Fußball, weil wir gerade bei der Türkei waren oder sind, wie ist das, du als der, der ja beides erlebt hat, vom Fußballstil auf Türkei auf der einen Seite, Deutschland auf der anderen Seite, kannst du da sagen, das sind irgendwie generelle Unterschiede im Fußball? Wenn ich an den türkischen Fußball denke, denke ich vor allen Dingen immer an die verrückten Fans, wo dann das ganze Stadion bebt und brennt. Ja, genau so stellt man sich es vor und genau so ist es am Ende des Tages. Ich glaube, dass die grundsätzliche Einstellung zum Fußball oder nicht Einstellung, das ist ein bisschen übertrieben vielleicht, aber diese, ich habe früher in der Türkei immer gesagt, es gibt die Religion, aber davor kommt der Fußball und das ist tatsächlich so. Ich habe viele Freunde natürlich auch, einer meiner engsten Freunde ist auch ein absolut Hardcore-Beschikdass-Fan und die leben einfach für diese Vereine. Egal, ob du jetzt für Gala-Faner oder Weschikdass-Fan bist oder auch Trabz, sonst war es ja auch einer der größten Vereine. Die sind einfach dann, denen gehört dieser Verein, die sind da einfach mit Herzblut dabei und das merkt man einfach auch dann Woche für Woche im Stadion. Das ist natürlich klar, in Deutschland sicherlich auch, da sind auch die Fans, wenn man jetzt vielleicht so diese Hardcore-Fans, die sind natürlich da ähnlich gestrickt, aber ich glaube, in der Türkei ist es einen Tick mehr emotionaler und ja, es ist schon, wenn du meinen Verein angreifst, dann greifst du meine Familie an so ungefähr und da kannst du dann schon auch mal scheppern auf jeden Fall. Aber vom Spielstil, so als Spieler, hast du da Unterschiede gemerkt? Zum Beispiel in der Premier League sagt man ja immer, da geht es vor allem körperlich ganz anders zur Sache als in der Bundesliga. So als Spieler, merkt man da Unterschiede? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass du natürlich mit den großen Vereinen, das sind so die, die eigentlich so die Liga einfach seit Jahrzehnten beherrschen. Mittlerweile, klar, gibt es den einen oder anderen kleineren Verein, die da ein bisschen aufgeholt haben. Ich glaube, dass in Deutschland oder auch im Vergleich Deutschland oder auch England oder anderen Ligen, dass da die Breite einfach ein bisschen besser ist und ja, man muss einfach so ehrlich sein, das System in Deutschland gegenüber der Türkei ist viel, viel disziplinierter und auch besser strukturiert. Ja, wenn man einfach auch die deutsche Historie betrachtet, was Spielerentwicklung betrifft, ja, in den einzelnen Vereinen. Heute sind es Nachwuchsleistungszentren. Ich glaube, da ist das, hinkt die Türkei sehr, sehr viele Jahre hinterher. Warum? Keine Ahnung, aber ich denke, da ist extrem viel Luft nach oben und ja, du hast einfach denke ich zu wenige oder ja, zu wenige Mannschaften, die wirklich auch international mithalten können und das überträgt sich dann natürlich auch auf die Liga. Klar, ja, du hast es angesprochen, du hast noch, bist noch mit vielen Leuten befreundet, da hast du, darf ich fragen, von den jungen Wilden, hast du da noch, seid ihr da im Austausch, ist man da im Austausch regelmäßig oder hört man ab und an mal was? Ich meine, du hast mit, also beim VfB mit großen Namen, Gomez, Hittelsberger, you name them, bei Besiktas, habe ich gesehen, mit Kareschmann noch zusammengespielt, wirklich ja Wahnsinns, auch große Namen, ist man mit denen noch im Kontakt teilweise oder? Ja, mit dem einen oder anderen auf jeden Fall, also auch zu meiner Leverkusen-Zeit noch mit dem Bender-Zwillingen als Beispiel, mit Lars bin ich sehr gut befreundet, mit Sebastian Bönisch, auch hin und wieder Kontakt mit Mario, Mario Gomez und Andy Beck zum Beispiel, ja, mit dem einen oder anderen Kollegen auch aus Istanbul und man, ja, das Schöne ist ja in der heutigen Zeit, man hat relativ kurze Wege mit den sozialen Netzwerken, so da ist man relativ schnell wieder connected, auch wenn man die Telefonnummer nicht hat und ja, immer mal wieder schreibt man sich, wie geht's, was machst du, wie sieht's aus, dies, was, das und da ist das mit dem einen vielleicht ein bisschen mehr, mit dem anderen ein bisschen weniger, aber man, ja, man trifft sich am Ende immer am Fußballplatz in irgendeiner Form und deswegen bricht da der Kontakt nicht immer ganz ab. Wie ist das für dich als Trainer? Du trainierst jetzt eine U19-Mannschaft, wie ist das, wenn du die Jungs kicken siehst, hast du da manchmal selber noch so dieses, so dieses Brennen in dir, wo du spürst, wo du einfach manchmal in manchen Situationen denkst, ey Jungs, komm, ich zieh mir meine Kickschuhe noch an und wie sieht das bei dir aus da? Absolut gar nicht. Gar nicht? Echt? Absolut gar nicht. Also ich hab's wirklich genossen, Fußballprofi zu sein und ich glaube auch, dass das für mich, wie vorhin gerade gesagt, der schönste Beruf ist, den man ausüben kann, aber ich bin tatsächlich extrem froh, dass ich nicht mehr machen muss oder machen darf, weil einfach, ja, ich bin jetzt aktuell nicht fit, ich merke, wenn ich hin und wieder mal irgendwie Eck mitspiele oder so, dann tun mir die Knie weh und oder wenn ich, ich bin auch mit alten Kollegen aus meiner früheren Zeit aus Feucht, mit denen kicken wir hin und wieder mal so im Allstar Team und wenn ich da, ich bin halt da noch der Jüngste, nach wie vor, so und bin dann auch der mit der meisten Spielzeit und dann merke ich das einfach drei Tage später immer noch und dadurch, dass einfach meine Muskulatur so auch gerade in den Beinen etwas zurückgegangen ist und meine Knie natürlich auch nicht mehr die Jungfräulichsten sind, ja, merkt man das einfach auch, wenn ich erst 37 bin, so, aber da merkt man einfach auch, ja, wie man über, ja, fast 15, 16 Jahre Profifußball, wie viel Abnutzung man dann einfach im Körper hat, obwohl man noch nicht alt ist, deswegen bin ich auch nicht unglücklich, dass ich jetzt nicht mehr jeden Tag irgendwie da auf dem Platz irgendwie irgendwelche Leute umgrätschen muss. Das glaube ich dir. Du sprichst es an, du hast in deiner Fußballerkarriere eine Menge erlebt, auch Champions League-Spiele, ein paar auf dem Buckel, sowohl bei Stuttgart als auch bei Leverkusen, so im Nachhinein jetzt so mal Revue passieren, was war so der größte Gegenspieler, der größte Gegner, wo du wirklich sagst, das war Wahnsinn, den mal so zu erleben, zu erleben? Also mein wirklich direkter, bester Gegenspieler, den ich je hatte, war Ronaldinho. Das war für mich, der ist nach wie vor, für mich glaube ich, einer der besten aller Zeiten. Und klar, ich hatte auch das Vergnügen mit Messi, mit Franck Ribéry und mit dem einen oder anderen noch, aber ich denke, oder nicht denke, ich weiß, für mich ist Ronaldinho der Beste. Würdest du auch sagen, Ronaldinho vom Spielertyp heute immer noch der Beste? Absolut. Also ich glaube, wenn er heute nochmal in seiner Top-Zeit ist wie früher, sage ich, wäre er heute, denke ich, in Folge Weltfußballer. Absolut. Ronaldinho, absolut eine Legende. Wie ist das in dem Moment, wo du dann, ja, du wirst aufgestellt, du als Spieler ehrgeizig, du sagst es, wie ist das in dem Moment, was geht einem da durch den Kopf? Ja, du weißt natürlich vorher, wenn du dann beispielsweise wie in dem Fall gegen Barcelona spielst, dann weißt du, okay, wer da auf dich zukommt, ist klar, so damit beschäftigt man sich, ist logisch, aber am Ende des Tages, wenn du auf dem Platz stehst, dann ist es, oder war es in dem Fall für mich immer völlig wurscht, weil ich mir sage, ich weiß, dass ich der Beste bin, so mit dem, was ich kann, mit dem, was ich kann und am Ende des Tages gibt es für mich oder gab es für mich nie diesen Moment, wo er jetzt kommt, wer auch immer und er stehe jetzt für Erbfrucht, das kannst du dir einfach auf dem Niveau gar nicht erlauben und für mich war immer klar, ich werde alles geben und am Ende des Tages, wenn ich halt dann den kürzeren ziehe, dann ist das so, aber ich kann mich, oder ich kann für mich immer in den Spiegel gucken und sagen, heute habe ich alles versucht und alles gegeben und am Ende, wenn es dann nicht gereicht hat, hat es dann nicht gereicht. Jetzt, wenn wir über Ronaldinho sprechen, das sind so ein bisschen die vergangenen Tage, auch wenn du jetzt sagst, du verfolgst Fußball gar nicht so tagtäglich, die Bundesliga und so weiter, was, oder wo würdest du denn sagen, was sind denn so die, die, die Stars von morgen, die jetzt so am, am Aufsteigen sind, hast du da so, wo du sagst, der, 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 sind die Topstars? Ja, es gibt natürlich mittlerweile, wenn man in die, in die weite Welt des Fußballs guckt, guckt, gibt es natürlich viele Jungs, die da, mittlerweile brutal am Start sind, wenn ich jetzt, für mich zwei absolute, oder für mich zwei Spieler, aktuell, wenn man jetzt auf die Bundesliga guckt, wo ich sage, die haben Weltfußballerniveau, oder werden, aus meiner Sicht, Weltfußballerniveau bekommen, ist Philipp Wirz von Bayer Leverkusen und Kai Hamatz. So, das sind für mich zwei absolute Top-Talente aus Deutschland, die die Bundesliga, oder beziehungsweise die Premier League schwindlig spielen. Ja, mit Kai hatte ich das Vergnügen, oder ich habe das Vergnügen gehabt, mit ihm auch sein Debüt feiern zu können, in Leverkusen, und habe die ersten zwei Jahre mit ihm dann auch spielen können, oder eher mit mir, je nachdem, wie man sieht. Ja, und das sind für mich zwei Spieler, ich meine Kai, Champions League gewonnen, Champions League Finale, das entscheidende Tor gemacht, und so weiter, aber das sind für mich aktuell, wenn man jetzt auf Deutschland betrachtet, die zwei Spieler, die für mich definitiv das Können haben, Weltklasse-Niveau erreichen zu können. Und das mal so als kleine Überleitung zu nehmen, zu diesem ganzen Sammelkarten-Thema. Ich weiß nicht, uns wurde gesagt, du hast früher selber auch leidenschaftlich gesammelt. Richtig. Sportkarten dann tatsächlich ausschließlich, oder? Ja, ich habe tatsächlich, ich habe natürlich klar diese Panini-Hefte, alle irgendwie so, jedes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das erste hatte, ich glaube 96, ich habe keine Ahnung, und natürlich dann diese, schon die Nachfolger, diese festeren Karten. Genau, wir haben hier... Ja, genau, diese, die kamen, wir waren ja zu meiner Zeit, gab es die ja dann auch schon, ich glaube auch von Panini. und tatsächlich auch Basketballkarten, auch in dieser Form. Ich bin, ich war tatsächlich, ich habe ich danach gesucht, aber ich habe sie leider nicht mehr, das wäre ganz spannend gewesen. Aber klar, es war zu meiner Zeit natürlich schon, dann kam natürlich Hanuta, Dublo und diese ganzen Geschichten. Umso schöner war es, dass ich selber mal auf diesen, oder selber auf diesen Karten bin, auch bei Hanuta und Dublo mal dabei war. und ja, es ist, ja, keine Ahnung, also ich bin von, seit ich denke, dann lebe ich mit dem Fußball. Und früher war das natürlich für mich so ein, ja, immer ein großes Glück, wenn dann irgendeiner nach Hause kam und mir irgendwelche Karten mitgebracht hat. Dann hat man irgendwann mal mehrere Hefte voll und Stapel von den Bildern und sortiert die nochmal und sortiert die nochmal und ja, ist halt einfach so ein, gehört dazu. Also würdest du dich auch als passionierten Sammler grundsätzlich beschreiben? Ja, ich glaube, wenn ich meine Karten noch hätte tatsächlich, ich glaube, da war schon das ein oder andere Schmuckstück dabei gewesen, aber ich habe sie leider nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wo die hingekommen sind. Aber ja, heute sammle ich die natürlich nicht mehr. Ich habe da einfach keinen Nerv für, bin ich ganz ehrlich. Aber ich glaube, wenn ich diese Karten noch hätte, glaube ich, dann kann man mich schon als Pionier bezeichnen. Ich wollte gerade sagen, du hast da vielleicht den Grundstein gelegt, für was, also ich meine, ich weiß nicht, ob du das verfolgst. Ich meine, du siehst es hier so ein bisschen, diese ganzen, also wir kommen jetzt hier Pokémon so ein bisschen. Ich weiß nicht, Pokémon ist das für dich Thema? Ja, ist klar, natürlich, Pikachu ist immer ein Thema. Aber hast du Pokémon selber auch gesammelt? Nein, gar nicht. Also ich hatte mit solchen Dingen irgendwie nie wirklich was zu tun. Also was heißt nicht zu tun? Pokémon kenne ich. Habe ich auch geguckt. ich gucke mit meinen Kindern, die gucken auch Pokémon. Deine Kinder sind ja noch kleiner. Richtig. Ist das bei denen Thema? Pokémon? Echt? Ja, also Filme, also der Film und auch die Serien, klar, die gucken das sehr, sehr gerne. und klar, als Papa sitzt man daneben. Ja, klar, klar und ich meine, und es ist ja wirklich Wahnsinn, du sprichst es an, nicht nur bei den Pokémon Karten, auch bei den Sportkarten mittlerweile. Das ist ja, ich weiß nicht, ob du das verfolgst, es ist ja wirklich ein riesen Hype jetzt nochmal entstanden. Pokémon so letztes Jahr, Sportkarten, kommt immer mehr und mehr auf. Und wie du richtig sagst, wenn du jetzt noch deine Karten von früher finden würdest, ja, da wären bestimmt, da doch, so eine Karte kann ja wirklich wahnsinnig viel wert sein. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, in Amerika ist das ja auch, glaube ich, so ein riesen Hype, was so Sportkarten betrifft. Ich weiß gar nicht, jetzt vor kurzem, habe ich irgendwas, glaube ich, mitbekommen, wo auch so eine, irgendeine Basketballkarte, glaube ich, für mehrere tausend Dollar irgendwie verkauft wurde. Ja. Wenn man, ich sage mal so, wenn man sich nicht, ich bin jetzt ein Laie, in Anführungsstrichen, ja, ich weiß natürlich, was so eine Karte ist, so, aber ich glaube, wenn man, wenn jetzt ein Außenstehender sieht, ey, der kauft sich jetzt eine Karte, ich weiß nicht, für 10.000 Dollar oder weiß der Geier, dann denke ich mir auch erst so, ich kann nichts Besseres zu tun, so im ersten Moment. Aber es hat halt, für Menschen hat das eine Bedeutung und ich finde es auch in Ordnung, wenn man ein Hobby hat, der andere sammelt Briefmarken, die anderen seine Sportkarten oder sonst was dergleichen. Absolut. Und für dich fände ich in Ordnung. Wie ist das als Spieler, ich gebe dir mal hier so eine Karte von dir in die Hand, wie ist das für dich heute, so eine Karte anzusehen von dir, ist das irgendwie, ist das normal für dich oder ist das so ein bisschen schon auch surreal da, ist ja schon ein bisschen älter? Ja, normal in dem Sinne, weil ich es halt einfach seit langer Zeit schon kenne. Ich habe jetzt schon viele Karten auch gesehen von mir oder unterschrieben von mir und so weiter. Aber ich finde, ich bin ganz ehrlich, ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass ich auf solchen Sammelkarten bin. Genauso wie ich damals zur EM 2008 in sämtlichen Dublo und Hanuta und wie auch immer Alben mit dabei war. Und für mich ist das einfach nur für mich eine, wie soll ich sagen, in einer gewissen Form auch ein Lohn für meine Arbeit, für das, was ich bin. Und das macht mich natürlich extrem stolz. Wenn du dir die Karte anguckst, weil ist das, ich meine, bei FIFA hat man das ja mitbekommen. Ich glaube jetzt Mats Hummels zum Beispiel hat sich darüber beschwert bei FIFA, sagt, ey Leute, wieso macht ihr mich so langsam in echt? Hier bei dir, Abwehr 65, Angriff 53, ist das ein Thema oder ist das für dich als Spieler in dem Moment gar nicht? Das ist überhaupt kein Problem. Die Frage ist immer, wer macht diese Zahlen so? Den müsste man mal oder die Person mal kennenlernen. Ja, wäre interessant. Dann könnte man das mal ein bisschen ausdiskutieren, anhand von was das beurteilt wird. Aber nein, also ich glaube auch Mats hat da glaube ich mehr einen Spaß draus gemacht. Absolut, klar. Man muss aber fairerweise sagen, ohne Mats nahezutreten, er ist nicht der Schnellste. Nicht mehr auf jeden Fall. Aber ich denke, das ist, ich glaube mittlerweile, wenn die Spieler auch diese FIFA-Dinger da bekommen, macht man sich über den einen oder anderen ein bisschen lustig und macht einen Spaß draus. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie einer sich beleidigt fühlt. Okay, das ist ja gut zu hören. Das ist ja zu gut zu hören. Wie gesagt, für mich im Nachhinein irgendwie schwierig, auch wie du sagst, wer denkt sich da die Werte aus? In dem Jahr, also bester Außenbahnspieler warst du ja. Da fragt man sich dann doch. Richtig, zu der Zeit vor allen Dingen. Da war ich noch kein Rechtsverteidiger. Da warst du noch, ja. Okay, wunderbar. Dann tatsächlich eine letzte Frage noch von uns beiden. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Wir beide sind selber Trainer, Jugendtrainer. Wir trainieren tatsächlich aktuell die U14 von Quelle für. Im weitesten Sinne sind wir dann Kollegen. Was würdest du uns als jungen, motivierten, ambitionierten Trainern mit auf den Weg geben wollen? Was ist für dich der Schlüssel vielleicht auch zum Erfolg? Ja gut, der Schlüssel zum Erfolg. Ich weiß nicht, ob man immer den richtigen Schlüssel hat. Ich glaube jeder, also zum einen bin ich davon überzeugt, dass jeder, der diesen Beruf aushübt oder auch unabhängig, ob man das hauptamtlich macht oder nicht. Ich glaube, jeder braucht seine eigene Philosophie vom Fußball. Und dann letztendlich diese Philosophie mit Überzeugung an seine Spieler heranbringen, die Spieler überzeugen. Pep Guardiola, ein Satz von Pep Guardiola ist mir immer hängen geblieben, der gesagt hat, ich weiß auch nicht alles, aber ich muss es meinen Spielern so verkaufen, dass ich alles weiß. Und ich glaube, Überzeugung spielt eine große Rolle. und natürlich das Ganze oder was ich vorhin gesagt Disziplin, das letztendlich selber auch leben und automatisch die Spieler da mitziehen und ich denke, ja, dann das Ganze auch zu verkörpern, das Ganze zu trainieren natürlich auch und ich denke, Überzeugung ist oder eine Überzeugungskraft ist, glaube ich, so eine starke Energie, die man an die Spieler heranbringen muss. Das ist für dich wahrscheinlich noch mal natürlich noch mal eine einfache, du als selber, als Profi, wahrscheinlich die Spieler schauen zu dir auf, wissen selber auch, was mein Trainer in dem Moment dann selber geleistet hat. Du kannst natürlich mit gutem Beispiel da vorangehen. Ja, der Vorteil für mich ist halt, das, was die Jungs jetzt in der Jugend tagtäglich oder in den U19 tagtäglich machen und auch das, was sie mal werden wollen im Fußball, habe ich alles schon hinter mir und ich habe auch in meiner Karriere sehr viele Dinge erlebt, positive, natürlich aber auch negative und ich kann da wirklich aus einem Katalog von Erfahrungen letztendlich den Jungs einfach auch mitgeben. Also mir geht es nicht darum zu sagen, ich habe das früher so gemacht und du kannst das nicht oder wie auch immer, sondern ich will den Jungs einfach auch mitgeben, nicht nur den Fußballbereich, sondern einfach auch diese Persönlichkeitsentwicklung und ich glaube, das eine ist Fußball, das findet in der Kabine statt, im Besprechungsraum auf dem Platz statt, das sind alles diese, mit den ganzen Tools, die man heutzutage hat, ob Videoanalysen und so weiter, das ist so das eine, aber ich glaube auch, dass man auf dieser persönlichen Ebene einfach auch einen Spieler catchen muss und zu sagen, okay, das was der erzählt ist nicht alles irgendein Blödsinn, sondern der fühlt mich auch, der weiß auch, wenn ich, ja, ich habe einfach, ja, vielleicht ist es auch ein Stück weit Empathie, weiß ich nicht, aber so, wenn ein Spieler einfach eine gewisse Körperhaltung hat, einen gewissen Gesichtsausdruck, dann weiß ich, okay, irgendwas stimmt nicht mit ihm oder irgendwas liegt ihm auf dem Herzen und ja, und dann geht man halt auf den Spieler zu und ich denke, nochmal, ich kann da aus dem großen Katalog oder im großen Spektrum einfach aus Erfahrungen den Jungs was mitgeben und das ist, was ich tagtäglich in meiner Arbeit versuche und ja, und ich denke, dass die, dass meine Jungs mir folgen und ich das auch, ja, mit meiner Art und Weise dann auch aktuell, aber ich hoffe auch für die Zukunft natürlich noch weiterentwickeln kann und das dann auch auf höchsten Euro leisten zu können. Ja, wir drücken dir wirklich alle Daumen, wir sind sehr gespannt, wir verfolgen das mit, wie es auch weitergeht, wo, wenn auch als allerletzte Frage dann wirklich so mal fünf Jahre vorausgedacht, wo siehst du dich in fünf Jahren selber, wenn ich fragen darf? Cheftrainer Bundesliga oder Premier League oder also, ich sage immer Bundesliga, für mich ist das absolute Ziel, ich will Cheftrainer im höchsten Profibereich werden und das ist mein absolutes Ziel, dass ich auch, ja, für mich einfach fokussiere jeden Tag und ich bin davon überzeugt, dass ich die, ja, die Qualität oder die, das Know-how habe, das auch hinzukriegen und auch diese, diese mentale Einstellung und für mich ist es immer so, Ziel setzen, Ziel fokussieren, visualisieren und dann werde ich es definitiv erreichen. Und wenn VfB Stuttgart und Leverkusen heute nach dem Spiel anrufen? Ja, heute nach dem Spiel schauen wir mal, aber ich denke, dass es, ja, genauso wie mein aktueller Fein Kreuter führt, wäre Stuttgart und Leverkusen sicherlich nicht die schlechteste Adresse, um da oben anzuklopfen. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Das nehmen wir als gutes Schlusswort. Wir danken dir vielmals. Wie gesagt, tausend, tausend Dank, dass du hier rausgekommen bist, dir die Mühe gemacht hast. Wir drücken dir alle Daumen. Wir drücken dir alle Daumen. Wir drücken dir die Mühe gemacht hast.